So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute haben wir eine sehr polarisierende Folge. Die Hater werden sich im Grab rumdrehen, das weiß ich jetzt schon, aber eigentlich ist das ja was Nützliches. Es ist ein Tipp, es ist ein Trick, es ist ein was auch immer. Es erleichtert euch auf jeden Fall das Spielen, das Einreichen von Pokestops, von was auch immer, wie ihr das nutzt. Wie ihr das nutzt, bleibt euch selbst überlassen. Kurz zum Hintergrund, ich war letztens mit Xtreme unterwegs und wir haben ja in Bürden Pokestops eingereicht. Jetzt war das Problem, in Bürden gab es so gut wie keinen Empfang. Wir standen also da, wir kamen nicht in die App rein. Es ist also fast unmöglich, normal in der App Pokestops einzureichen über das Stop-Einreichen-Button-Abschnitt-Dings. Und wir haben einen kleinen Trick angewandt, das kam nicht vorher nicht, das hat mir die Xtreme gezeigt. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier überhaupt sagen darf, wie auch immer. Nicht, dass er mir böse ist. Grüße gehen raus an den Xtreme. Aber wenn man den Leuten damit helfen kann, finde ich, ist das eigentlich eine gute Sache. Wir haben einen kleinen Trick angewandt. Es gibt nämlich sowas im Play Store, das nennt sich Gallery Cam. Und wenn ihr bei Android, zumindest, wenn ihr die Gallery Cam runterladet und installiert, dann könnt ihr an dem Punkt, wo ihr eigentlich ein Bild vor Ort machen müsst, auf eure Galerie zugreifen und könnt so also ein schon vorhandenes Bild bei Pokémon als Stop-Bild reinladen. Jetzt sagt ihr wieder, ja, das ist ja Betrug, das wird ja genutzt, um Schabernack zu treiben. Das Komische ist, bei, ähm, wie heißt der Mist? Bei Ingress geht das schon von Anfang an. Bei Ingress war das schon immer so, wenn ihr dort Portale einreicht, dass ihr Bilder aus der Galerie nehmen könnt. Und bei Ingress wird so viel gefaked. Bei Ingress gibt es so viele Leute, die da Schindluder treiben, die irgendwelche Bilder irgendwo machen von coolen Sachen, von coolen Stops und dann bei sich vor der Haustür, wo einfach gar nichts ist, setzen sie den Standort, geben an, das und das ist da und dann geht das durch. Und sowas finde ich eigentlich richtig behindert, dass halt so gecheatet wird bei Ingress und dass die die Möglichkeit haben, wirklich so viele Fake-Portale einzureichen. Und, klar, irgendwo wird's mit dieser App jetzt Gleichheit geschaffen, da ihr das bei, äh, Pokémon auch machen könnt. Ich möchte aber niemanden dazu verleiten, damit Schindluder zu treiben. Ich möchte einfach nur mehr Leuten die Möglichkeit geben, Stops einzureichen oder einreichen zu lassen, wenn ihr nicht selber Level 40 seid, aber Level 40 Spieler kennt, aber die vielleicht, äh, nicht direkt in eurer Nachbarschaft wohnen, dass die trotzdem für euch einreichen können. Und darauf kommen wir jetzt, wie ihr unter bestimmten Voraussetzungen von zu Hause aus Pokestops einreichen könnt. Ich habe das heute mit Noctzee getestet und es hat funktioniert. Deshalb dieses kontroverse Video, was ihr gleich sehen werdet, was da los ist. Zu dem Hintergrund also nochmal mit Xtreme. Es war so, in Würden kein Empfang. Wir konnten da nichts machen, wir konnten da nichts einreichen. Wir haben vor Ort aber Bilder gemacht. Wir haben die Bilder gemacht von der Kapelle, Umgebungsbild, vom Sportplatz, Umgebungsbild, vom Spielplatz, Umgebungsbild. Und diese ganzen Bilder haben wir mitgenommen, sind aus dem Ort raus und haben dann im Formular, wo man Pokestops einreicht, den Standort auf der Karte von Hildburghausen so weit rüber geschoben, dass wir wieder in Würden waren, an dem Punkt, wo der Stop wirklich tatsächlich ist und haben über Gallerycam das bereits vorhandene Bild, für den Pokestop reingeladen, dass wir den einreichen können. Ist ein bisschen kompliziert gewesen, ist auf diesem Wege aber möglich. Damit wurde also nicht gecheatet, nicht betrogen. Es wurde wirklich da ein Stop hingepflanzt, wo der Stop wirklich ist. Und das ist meiner Meinung nach schon mal viel wert. Was aber mit schlechten Internet, Vodafone wäre dort wahrscheinlich gegangen, aber mit Telekom sind wir da nicht weit gekommen. Und jetzt also das Dings, was ihr dazu braucht, ihr leitet euch also die Gallerycam und dann möchte ich euch jetzt zeigen, was ihr noch alles mit der Gallerycam machen könnt. Das geht raus, gerade unter die Spoofer von euch. Damit ihr auch mal seht, Spoofer sind nicht automatisch was Schlimmes, Spoofer sind nicht automatisch böse Menschen, Spoofer können auch sehr hilfreich sein, nicht nur in Raids, nicht nur bei Lucky Trades. Spoofer können auch für euch Pokestops einreichen, wenn ihr noch nicht Level 40 seid. Und so geschehen beim Noctzei. Denn Noctzei hat mich nämlich angeschrieben, er hat mir hier ein Standort geschickt, gesetzte Markierung in der Nähe von Hohenweiler-Auenwald und er hat mir zwei Bilder geschickt. Das soll das Umgebungsbild sein vom Noctzei für seinen Spielplatz. Das soll das Pokestop-Bild sein vom Noctzei, Spielplatz Hohenweiler plus dem Umgebungsbild plus dem Standort, genau wo der Spielplatz ist. Klar könnten Leute jetzt wieder faken und das ausnutzen, indem sie halt irgendwas fotografieren und mir einen Standpunkt geben, dass der bei ihnen zu Hause ist, obwohl da gar kein Spielplatz ist. Aber ich habe das überprüft, das passt. Der Spielplatz ist da wirklich. Und so haben wir es probiert, dass ich von zu Hause aus für Noctzei, weil der nicht Level 40 ist, ich aber Level 40 bin, für ihn diesen Pokestop einreiche. Wo ich sagen muss, also das als Pokestop-Bild ist okay, ist ins... So, willkommen zu einem heutigen Folge und wir sind hier auf dem Hitbook-Häuser. Da ist gerade noch das Video für heute Abend fertig exportiert, das muss ich schnell mal wegmachen. Das seht ihr dann später. Das als Pokestop-Bild finde ich in Ordnung, ist in Szene gesetzt. Hier, das finde ich als Umgebungsbild eigentlich nicht so schön. Er hätte ruhig die Rutsche mit drauf packen können, links im Bild ran und sehen, was hinter der Rutsche beim Rest noch dabei ist. Ich meine, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, das ist dieses Häuschen dahinter, die Schaukel hat man auch gesehen, da ist dieses Netz, da ist die Rutsche, wie es halt dahinter weitergeht, aber die eigentliche Rutsche sieht man nicht mehr. Wäre natürlich schöner gewesen, aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass das irgendwie zusammengehört. Es ist jetzt nicht ganz vom Schuss. Wichtig, wenn jemand möchte, dass ich für ihn einen Pokestop einreiche, wenn wirklich ihr gar keine Stops in der Gegend habt oder irgendwas, folgt dieser Anweisung, macht ein schönes Pokestop, macht ein schönes Umgebungsbild und schickt mir die Koordinaten, das ist ganz wichtig, die Koordinaten von dem Punkt, wo der Stop ist. Ich habe das jetzt hier, er hat mir diesen Standort geschickt, das sind die Koordinaten. Alternativ geht auch eine Adresse. Ich habe jetzt hier zwei Handys eingeblendet, weil in der Mitte dieser langgezogene Bildschirm, damit kann man spoofen. Ich möchte euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wie das funktioniert, wenn ich jetzt diese Koordinaten hier eingebe, 48, 9, 2, 9, ich sehe nichts mehr, Alex, was machst du? 9, 2, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, jetzt teleportieren wir uns mal dahin zu dem angegebenen Standpunkt vom Kollegen. Das hier können wir eigentlich schon wieder weg machen. Aber ich drücke einfach hier weg, das passt. Und wir konzentrieren uns genau nur hier auf diesen einen Bildschirm. Das andere habe ich nur gebraucht, um euch das zu zeigen, wie ich die Koordinaten bekommen habe, wie ich die Bilder bekommen habe. Jetzt sind wir hier an dem Punkt, den uns Noctzee geschickt hat. Wir richten das mal schön nach Notten aus. Ihr seht eine Straße, hier soll eine Wohnsiedlung sein, irgendwas dergleichen. Und die Gallery Cam ermöglicht es also, euch jetzt hier von außerhalb die Bilder reinzuschicken. Ich habe das schon eingereicht heute. Wenn wir also hier in die Einstellung gehen, seht ihr, ich habe noch 6 Vorschläge übrig. Weil den einen habe ich schon gemacht. Ich zeige euch genau jetzt normalerweise, wie ich das gemacht habe. Ich bin auf neuer Pokestop gegangen. Dann zeigt mir das auch. Markiere deinen Standort. Wenn ihr hier mal ranzoomt, seht ihr, der Standort stimmt. Hätte der mir jetzt was geschickt, oder es wäre jetzt, keine Ahnung, hier so gewesen. Na gut, was das ist, weiß man auch nicht. Auf jeden Fall, ich toleriere es nicht, wenn man Fake-Portale einreicht. Der Spoofer, der Spooft, der hat was gegen Cheaten, ist der behindert? Ich sage, ihr müsst, ihr braucht Spoofen, nicht unbedingt gleich mit was Schlechten in Verbindung zu setzen. Jetzt finde ich den hässlichen Spielplatz nicht mehr. Wo ist denn jetzt der Spielplatz hin? Ah! Ich muss mal kurz raus. So, jetzt sind ja auch Pokémon aufgetaucht. Ich gehe nochmal da drauf. Neuer Pokestop, Standort. Wir haben den Standort. Ihr seht ganz genau, hier ist dieser Spielplatz. Also geht ihr auf Bestätigen und soll den Pokestop fotografieren. Das wäre das Problem, was ihr jetzt habt. Also, als wir in Hildburghausen waren, konnten wir die Nadel so weit per Hand verschieben, permanent, bis wir irgendwo in Bürten rausgekommen sind. Da müsst ihr nicht spoofen. Ihr könnt, glaube ich, sogar von hier bis nach Hohenweiler die Nadel schieben. Außer, das ist irgendwann begrenzt. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber wenn ihr spoofen könnt, könnt ihr das für einen guten Zweck nutzen. Jetzt soll ich nämlich ein Foto machen von dem Pokestop, drücke weiter und ganz automatisch, weil ich diese Gallery Cam drauf habe, zeigt es mir jetzt die Fotos, die ich auf dem Handy habe. Ich habe mir die vorhin rüber geschickt und so kann ich jetzt einfach dieses Bild auswählen als Pokestop-Foto. Ich kann auf Weiter drücken, es möchte die Umgebung noch sehen. Ich nehme das zweite Bild für die Umgebung. Ich gebe einen Titel ein, zum Beispiel Spielplatz. Ja, sehr schön. Spielplatz. Ah, Junge. Ah, Junge. Spielplatz. Ah, Junge. Hohenweiler. So, Weiler. Warum ist wichtig? Weil. Weil, weil Adi. Ach, dieses Drecks-Handy. Weil Adi so süß ist. Beziehungsweise, das ist ja nur die Beschreibung vom Pokestop. Jetzt habt ihr das also hier, ihr habt den Namen, ihr habt das, ihr habt den Standort, das passt also alles. Ihr könnt auf Bestätigen, ihr sollt nochmal erklären, warum der Vorschlag wichtig ist. Da schreibt ihr halt was rein und dann könnt ihr hier auf Einreichen. Ich reiche den natürlich jetzt nicht ein, weil ich habe den heute schon eingereicht für den Noxay. Aber das dazu, wenn ihr die Möglichkeit habt zu spufen, dann könnt ihr das so machen. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt zu spufen, aber ihr kennt jemanden bei euch im Nachbarort, wo kein Empfang ist oder so, dem ihr gerne da was hinbauen möchtet, weil da was ist, aber er das nicht einreichen kann. Oder, falls ihr euch jetzt damit beschäftigt und vielleicht doch sagt, ja okay, ich eigne mir das Spufen an, weil ich bin kein schlechter Mensch, ich will den Leuten helfen, dann könnt ihr das so machen. Ich habe das bei Noxay jetzt probiert. Ich habe viele Leute, die im Stream gerade geschrieben haben, sie haben keinen einzigen Pokestop bei sich im Ort, bei sich im Dorf. Sie wollen nicht mal einen Homespot, sie wollen einfach nur, dass irgendwo im Ort ein Pokestop auftaucht. Ob das jetzt ein Spielplatz ist, ob das ein Brunnen ist, ob das was anderes ist. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas zu machen, helft den Leuten. Haltet zusammen, es ist ein Spiel, jeder will das spielen können. Und guckt euch das auch an, es ist, hier ist halt wirklich gar nichts. Hier hinten ist eine Arena. Er hat eine Arena, da kommt noch eine Arena, da hinten ist Zeug. Aber es ist halt wirklich so gut wie leer, hier passiert wirklich fast gar nichts. Und wenn hier schon mal ein Spielplatz ist, dann kann man den noch ruhig einreichen. Selbst wenn er direkt daneben wohnt, trotzdem ist das ein öffentlicher Spielplatz und den kann man ruhig mitnehmen. Also, ich habe das jetzt gezeigt, das funktioniert. Ich habe das auch schon weitergegeben, diesen Tipp. Ich finde es immer noch komisch, dass bei Ingress das normal funktioniert, dass man aus der Galerie Bilder reinladen kann. Und bei Android eben mit dieser App, Gallery Cam, kann man das jetzt auch. Und so habt ihr ganz neue Möglichkeiten. Nutzt das bitte nicht zum Faken, obwohl das viele ja sowieso machen, aber viele, die faken, faken ja sowieso über Ingress schon ewig und schon länger. Und die, die sowieso nichts haben und verzweifelt sind, denen nützt das auch nichts, weil die nichts einreichen können. Aber ich biete euch das an, wenn wirklich jemand gar nichts da hat und mir ein richtig schönes Foto schickt und das Hand und Fuß hat und das wirklich ein Stop vor Ort ist, dass ich da auch mal was einreichen könnte. Ich meine, meinen Main-Account werde ich dafür nicht nutzen, weil da reiche ich die Sachen für sieben Tage, sieben Stops immer ein. Aber hier dieser kleine Account, Aiva Mild, Aiva Soft, Aiva Kids, Aiva Picant, die sind alle Level 40. Und die haben jedes Mal Vorschläge offen. Und ich reiche bei denen nie was ein. Das ist alles verschwendetes Potenzial. Also bringt es mich ja nicht um, wenn ich mal für jemanden da was einreiche vom zweiten Account, ich würde das eh nicht nutzen. Und wenn ich dann jemandem eine Freude damit machen kann, dann mache ich das gerne. Deswegen schreibt mir, wenn ihr bei euch im Ort gar nichts habt, schreibt mir, wenn ihr Bock habt, dass vielleicht da was entsteht. Und wenn da wirklich was dabei ist, was durchgehen könnte, was passt, ich gucke mir das an, vielleicht kann ich euch helfen, vielleicht könnt ihr euch selber helfen dadurch. Vielleicht können euch andere helfen. Haltet zusammen, eine Community, ein Spiel, wir wollen alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle spielen können, wir wollen alle Raids machen, wir wollen Community Days, wir wollen zocken, wir wollen Shinies, wir wollen Hunder da, wir wollen Legendäre, wir wollen alles. Deswegen, seid nicht so egoistisch, guckt nicht immer nach euch. Wenn ihr Leute kennt, die das interessieren würde, teilt ruhig mal das Video. Macht das publik, dass man das so machen kann. Im Endeffekt werde ich jetzt gesperrt und gebannt, weil, ach egal, keine Ahnung. Das war es aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Das ist also ein Trick, wie man von zu Hause Pokestops einreichen kann, beziehungsweise auch, wie man nachträglich Pokestops einreichen kann, wenn man jetzt vor Ort nicht die Möglichkeit dazu hatte, was man ohne Spoof natürlich auch umsetzen kann. Wenn ihr wirklich in einem Ort seid, ohne Empfang, aber dann einen Ort weiter einreichen könnt, dass ihr das so verschieben könnt und die Bilder dann da reinladen könnt, nutzt es für was Sinnvolles, macht keinen Scheiß, ich glaube, die, die Scheiß machen, die haben davor schon Scheiß gemacht und werden weiterhin Scheiß machen. Aber die Leute, die ein bisschen Hirn haben, die werden das sicherlich gut zu nutzen wissen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute Abend gibt es noch ein Ramses Kitchen Video, weil ich heute hier einen Stand auf dem Markt gesehen habe mit komischen Burgern. Da musste ich gleich testen. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.